Geheimakte 2, Puritas Cordis, Folge 37. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es kommt tatsächlich eine dritte Folge, aber das lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich bin dicht dran und ich will das irgendwie schaffen. Und ich glaube, wenn ich es jetzt in der Folge auch nicht schaffe, werde ich es entweder offscreen so lange probieren, bis ich es geschafft habe, und euch dazuschalten. Oder, keine Ahnung, erstmal vielleicht eine Pause einlegen, den Kopf resetten. Aber jetzt probieren wir es noch ein letztes Mal. Ich versuche es mal von hinten aufzurollen, vielleicht hilft mir das, habe ich überlegt. Weil ich habe ja festgestellt, dass ich von Bert, also RT, nur von hier auf hier komme. Also ich muss mit dem Buchstaben da oben enden. Ich schaffe es nicht von dem R auf das T. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das R. Ich kann aber nicht auf das T springen, das T ist ja das hier. Also das geht nicht. Und von dem R darf ich auch nicht auf das T springen. Das einzige R, was auf dem T springt, ist das. Also vielleicht mal rückwärts probieren. Also so halbwegs rückwärts. Also T, E. Da müsste aber E dann in der Nähe sein, irgendwie. Das wäre dann E. Also RT, so hoch. Bert wäre dann das. Seht ihr? Bert. Und wie komme ich jetzt auf das B? Da muss ich ja von dem E hinkommen. Warte, wisst ihr, was ich meine? Stimmt doch, was ich sage, oder? Also B, E, R, T. Genau, Bert. Also muss ich ausdrehen. Also muss ich mit einem E. Wo heißt denn da ein E, mit dem ich springen kann? Ich kann doch von der, von der B. Da ist doch nur ein A da oben. Ist doch gar kein E. Wie soll ich denn da mit einem E zurechtkommen? Das einzige E ist das da, oder das? Oder darf man doch Buchstaben zweimal drücken? Also quasi ausdreh, Bert. Also wieder zurück darf ich doch manche Buchstaben, weil das einzige E, wenn das Bert, dann wisst ihr, was ich meine? Bert. Das hier Bert. Hier führt aber auf das B. Führt aber kann, kann. Moment, das einzige vielleicht. Lass mal schauen. Kann ich von dem auch Bert? Ja, das geht auch. Also das geht auch hier. Bert. Das geht auch. Führt denn hier zu dem ein E? Zu dem B? Nö. Das einzige, was zu dem Buchstaben führt, ist ein anderes B. Zu beiden Bs führt entweder das A hier. Oder das B. Ein E führt da nicht hin. Die einzigen E's, die ich habe, ich habe sowieso nur ein I, das da und das da. Das einzige E, was ich habe. Wo wäre das Bert? Bert. Moment, da habe ich nicht gerade gesagt, ich brauche ein E. Das ist das hier. Moment, aus. Ich glaube, ich sehe es sogar, wie man es schreiben könnte. Weil das ist dann, wo ist T-R-E-B-E-R-T. Weißt du? Und jetzt muss ich nochmal, also auf das E muss ich kommen. Das wird doch möglich sein. Jetzt probiere ich es nochmal. Wo fange ich an? Das ist ein bisschen verwirrend. Aus. Ich muss auf das E kommen. Aus. Aber dann werde ich das T zweimal. Das darf ich dann nicht, oder? Wie komme ich auf das E? Ich darf das nicht zweimal nutzen. Das glaube ich nicht. Von dem T komme ich nämlich auf das E aus. Aber wobei, ich brauche ein R, gell? E. Aber ich muss halt weiter zurückschreiten, wenn man so will. Gibt es ein R, mit dem ich da auf das E hier komme? Es gibt ja nur die beiden R's. Aber spätestens jetzt endet es aber meine Theorie. Weil das sind die beiden R's. Die da. Und beide R's enden nicht auf diesem E, was ich brauche. Und das ist ja essentiell. Das ist das E. Die beiden R's enden nicht da. Das einzige R, was auf dem E endet, ist wiederum das. Und dann ist es wieder doppelt. Man, wie raucht die Rübe? Das kann ich euch frei sagen. Die haben doch Knall, haben doch die. Also das einzige R, was auf dem E endet, ist das. Das geht sonst nicht. Das sind die beiden R's. Und das ist das einzige E, das endet aus Dreh, das endet nicht auf. Das muss das sein. Aber das gibt keinen Sinn, weil dann ist es doppelt. Ich probiere mal, ob ich die Buchstaben doppelt drücken muss. Also quasi aus. Dreh. E. B. Ausdreh. Was habe ich jetzt gesagt? Achso. B. Also rückwärts wird der Bert aus der Bert. Alles klar. Also man darf rückwärts gehen. Das kann ich ja nicht riechen. Ein Brief und ein paar löchrige Lederfetzen? Das ist alles? Schauen wir uns den Brief doch erstmal an, bevor wir maßlos enttäuscht sind. Es muss bestimmt etwas Wichtiges drinstehen. Ja, mach gespannt jetzt. Adressiert ist er an den Kardinal Coubertin in Paris. Geschrieben offensichtlich von einem gewissen Bernard. Nun lesen Sie schon endlich vor. Na, lies mal vor, bitte. An seine hochwürdigste Eminenz, Kardinal Coubertin. Ich bin sehr erleichtert zu lesen, dass mein verschlüsseltes Schreiben euch in Paris erreicht hat. Ihr werdet meine Vorsicht verstehen, wenn ihr das Schreiben in seiner Gänze dekodiert habt. Denn dieser Bericht in den falschen Händen könnte leicht jene im Glauben erschüttern, deren Herz auch nur dem geringsten Zweifel heimstatt bietet. Und wie schnell dies unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern und in ein nie gekanntes Tohuwabohu führen könnte, wird euch schon nach wenigen Zeilen bewusst werden. Für dieses Schreiben und die beiliegenden Lochmasken werde ich daher aus Gründen der Sicherheit nicht unseren vertrauten Boten zu euch schicken, sondern meine geliebte Schwester Elise. Ich möchte euch aufs Dringlichste ersuchen, diesen Brief und die Lochmasken in eurem geheimen Archiv auf eurem Anwesen sicher zu verwahren. Ihr wisst, Zandonas Einfluss ist gewaltig. Und wir werden jeden nur erdenklichen Beweis für seine Frevel benötigen, um ihn vor das Inquisitionsgericht zu bringen. Ihr haltet nun mit diesen Lochmasken den Schlüssel in euren Händen, der euch dazu befähigen wird, die durch eine schicksalhafte Fügung in meinen Besitz gelangten Pläne von Zandonas und seiner Puritas Cordes Sekte zu dekodieren. Wenn ihr die Lochmasken auf die Pergamente legt, die der Bote euch vor zehn Tagen überbracht hat, werdet ihr des ganzen Ausmaßes der Katastrophe gewahr werden. In seinem blinden Handeln ohne Maß hat der Gatino dem Tode geweiht, einen Untergang der Stadt in den ewigen Flammen der Verdammnis prophezeit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eine ganze Stadt, er will eine ganze Stadt auslöschen, sieht sich als Richter und Henker unseres allmächtigen Herrn. Und das ist nur der Anfang. Mein vorangegangenes Schreiben wird euch die uns bevorstehenden Schrecken offenbaren. All jene schrecklichen Pläne Zandonas und seiner Gemeinschaft Puritas Cordes, die er im Namen Gottes um sich geschart hat, sein frevelnd Wort als jenes unseres allmächtigen Herrn in die Welt hinaus zu tragen. Ich hoffe, mein Wissen wird euch veranlassen, die geeigneten Maßnahmen in die Wege zu leiten, um das Schlimmste noch abwenden zu können. Ich schreibe euch diese Zeilen in höchster Sorge um mein eigenes Leben, aber auch in der Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Möge der Herr meiner geliebten Schwester die Kraft geben, diese Zeilen rechtzeitig und unbeschadet zu überbringen. Gott schütze uns und stehe uns in diesen schweren Stunden bei. Euer ergebener Diener Bernard. Okay, jetzt mal kurze Pause, damit ich das richtig verstehe. Zandonas und Puritas Cordes haben Gatino abgefackelt? Ja, sieht so aus. Und warum? Ich meine, wo steckt der tiefere Sinn dahinter? Vermutlich wollte er ein Exempel statuieren. Ein Exempel an all jenen, die seinen Worten nicht ausreichend Beachtung schenken. Also hat er sich irgendwelche Prophezeiungen aus den Fingern gesogen und diese dann in die Tat umgesetzt? Hört sich in der Tat so an. Und Bernard hat zusammen mit Kardinal Coubertin versucht, Zandonas und seiner Puritas Cordes Sekte Einhalt zu gebieten. Ja, scheint so. Doch da Elise nie in Paris angekommen ist und der Kardinal dementsprechend auch die Beweise gegen Zandonas nie erhalten hat... Okay, so weit, so schlecht. Aber die Geschichte ist mehr als 350 Jahre her. Was hat das alles mit dem Hier und Jetzt zu tun? Ich gehe davon aus, dass die Sekte Puritas Cordes entweder über all die Jahrhunderte im Geheimen weiter existent war und aus irgendwelchen Gründen jetzt wieder verstärkt in Aktion tritt oder... Oder? Oder sie wurde erneut gegründet. Wie auch immer. Was hat das mit unserer jetzigen Situation zu tun? Und der Flutwelle? Nicht zu vergessen der von Elise angedeuteten Apokalypse. Ich vermute, dass man es damals geschafft hat, dem Treiben von Zandonas doch ein Ende zu bereiten und die Apokalypse zu verhindern. Vermutlich, sonst würden wir hier wohl nicht stehen. Eben. Und genau daran könnte die heutige Puritas Cordes auch was ändern wollen. Indem sie Zandonas Pläne von damals wieder aufgreifen und versuchen... Und versuchen, sie dieses Mal bis zu Ende zu bringen. Genau. Oh. Und dieses Ende? Wie soll das aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage in Paris liegt. Bei diesem Kubertin? Ja. Und sie meinen, die Pläne von Zandonas, die Bruder Bernard nach Paris geschickt hat, existieren? Vielleicht noch? In genau diesem von Bernard erwähnten geheimen Archiv? Warum nicht? Und zusammen mit den hier gefundenen Lochmasken hätten wir dann vielleicht die Möglichkeit, über die nächsten Schritte von Puritas Cordes informiert zu sein? Und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hm. Okay. Worauf warten wir dann noch? Nach Paris? Klar. Die Frage ist nur, wo genau sollen wir diese Dokumente suchen? Paris ist groß. Bernard schreibt doch, dass sich das Versteck auf dem Anwesen des Kardinals befinden soll. Und dieses Anwesen zu finden, kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja. Dann nichts wie los. Mein Gott, das nimmt ja kein Ende. Das muss sich ja alles irgendwie zusammenfassen. Oh. Wie ich sehe, sind sie aufgewacht. Wo... Wo bin ich hier? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. In Sicherheit? Wie definiert sich diese Sicherheit? Durch die Gitterstäbe? Bin ich sicher vor Ihnen? Ihre Fragen müssen warten. Erst einmal würden wir gerne ein paar Dinge wissen. Mein Mitarbeiter hat ein Foto bei Ihnen gefunden. Und zufällig war er als Barkeeper auf dem gleichen Schiff wie die junge Dame auf diesem Foto. Wer ist sie? Das geht sie gar nichts an. Ich will hier raus. Aber, aber, ganz ruhig. Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Situation. Schauen Sie, mein Mitarbeiter hat eine Waffe. Sie hingegen haben keine. Und noch ein wichtiger Punkt. Mein Mitarbeiter wird Sie ganz einfach über den Haufen schießen, wenn Sie unsere Nerven zu sehr strapazieren. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Ja, ich denke schon. Gut. Wir wollen Ihnen ja gar nichts tun. Ganz im Gegenteil. Wir wollen Ihnen helfen. Aber dafür erwarten wir auch ein wenig Hilfe von Ihnen. Also, wer ist die Dame auf dem Foto? Meine Ex-Freundin. Name? Nina Kalenko. Aber warum wollen Sie das wissen? Warum geht es eigentlich? Na, na, na. Wer stellt hier die Fragen? Gut. Ihre Freundin hat anscheinend ein ähnliches Problem wie Sie. Sie hat noch nicht verstanden, wer hier die Regeln bestimmt. Wir würden gerne wissen, wo genau sie sich derzeit aufhält und was sie als nächstes tun will. Nina? Woher soll ich das wissen? Haben Sie denn immer noch nicht verstanden? Okay, also nochmal. Entweder Sie sagen uns, was wir wissen wollen. Oder aber... Oder was? Oder wir müssen ohne Ihre Hilfe auskommen. Aber dann wird es schmerzhaft für Sie. Und für Ihre Ex-Freundin. Sie sehen, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Aber ich werde bald zurück sein und es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie sich bis dahin nicht für etwas mehr Kooperation entscheiden würden. Schade für Sie. Und schade um Frau Kalenko. Inzwischen in Paris. Das nimmt aber auch kein Ende, oder? Ich wollte eigentlich was zu der ganzen Situation sagen, aber ich komme überhaupt nicht dazu. Das soll das unglaublich geheime Archiv von Kardinal Coubertin sein, das wir suchen? Es muss die richtige Spur sein. Wir werden dieses Archiv finden. Wir dürfen einfach nicht versagen. Hallo? Hören Sie mir zu? Ja, klar. Und? Hier werden wir ja wohl nicht mehr viel finden, oder? Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Wir müssen hier einfach richtig sein. Sie sehen aber schon, dass hier nur noch ein paar Grundmauern stehen, oder? Ja, aber dieser Ort entspricht haargenau der Beschreibung. Es muss also... Also, was machen wir jetzt? Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht lassen sich irgendwo noch alte Baupläne oder historische Dokumente finden, die uns einen Hinweis geben. Alte Baupläne? Für eine Ruine? Haben Sie eine bessere Idee? Nein, vermutlich nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Eine Alternative gibt es ja wohl nicht. Kommen Sie mit? Danke, aber dann bleibe ich lieber hier und schaue mich noch etwas um. Keine Ahnung wonach, aber bevor ich Ihnen beim Studieren von lateinischen Schriften hilflos über die Schulter schauen muss... Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kann zwar beim besten Willen nichts entdecken, was wir hier übersehen haben könnten, aber sicher ist sicher. Wir treffen uns dann hier? Gut, wünschen Sie mir Glück. Wir brauchen es jetzt dringender als jemals zuvor. Mach ich. Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Danke, Ihnen auch. Vielleicht finden Sie ja tatsächlich was. Bis später. So, dann will ich mir die Ruine noch mal genauer anschauen. Na endlich. Darf ich jetzt mal wieder mitspielen? Du lieb, Bettzeit. Ich muss erst mal speichern. Das ist ja furchtbar. So, um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen. Das ist ja nicht normal. Das war, glaube ich, die längste Katze in aller Zeiten. Also, ich hatte recht mit der Annahme, dass man die Buchstaben auch zweimal benutzen darf. Man kann hin und zurück. Ich bin ganz stolz, dass ich es doch noch geschafft habe. Gut, und dann war dieser Brief von diesem Bernhard an den Kardinal. So, das war das Erste. Dieser Bernhard hat dem Kardinal wohl etwas zugeschickt, was Puristas Cordis gehört hat. So Pläne, die aber verschlüsselt sind. Und das ist auch angekommen. Deswegen sagte er am Anfang, zum Glück höre ich, dass es angekommen ist. Und dann wollte er ihm einen zweiten Brief schicken, wo er noch mal erklärt, um was es geht. Mit Schablonen, um das zu entschlüsseln. Das wollte er aber nicht mit den Boten schicken, sondern mit seiner Schwester Elise. Die kamen aber nie dort an. Warum auch immer. Das war ja die, was das am Anfang erzählt hat. Vielleicht haben sie die erwischt und sie hat so halber in Gefangenschaft noch schnell den Brief geschrieben. Ich habe es nicht geschafft, hat sie ja gesagt. Irgendwie so. Auf jeden Fall kam es nicht an. So. Dennoch haben sie das wohl aufgehalten. Und ich hatte recht, wo ich gesagt habe, dann muss ja diese Apokalypse schon mal passiert sein. Oder schon mal im Gespräch. Hatte ich mal gesagt. Wisst ihr das noch? Hatte ich also recht. Es war schon mal im Gespräch, die Apokalypse. Damals. Aber sie wurde abgewendet. Zusätzlich haben sie damals auch schon versucht, wie es aussieht, Sachen zu faken. Weil ich ja immer noch denke, die faken Sachen. Die Welle, dass die künstlich konstruiert ist. Oder wir haben sie auch gesehen in dem Vulkan, dass das künstlich ausgebrochen ist. Und auch Gatino ist künstlich angezündet worden. Alles um quasi so eine Apokalypse nur vorzutäuschen. Um wahrscheinlich immer noch Mitglieder zu kriegen. Zahlende Mitglieder. Soweit ist klar. Also ich hatte recht, dass das schon mal passiert ist. Sie konnten es aber aufhalten. Wer auch immer das dann aufgehalten hat. Ohne Pläne. Und da die Pläne nie angekommen sind, sind sie halt in Gatino versteckt gewesen. Vielleicht hat es Elise bis Gatino geschafft. Vielleicht saß sie sogar in der Kurhe von Gatino und dann hat alles mit Feuer fing an zu brennen. Man hat doch diese Flammen gesehen. Vielleicht ist sie mit verbrannt oder so. Aber sie hat noch in Gatino diese Pläne noch verstecken können. Das würde zumindest Sinn ergeben. In meiner Welt. So. Soweit klar. Und es ist aber trotzdem, wie auch immer, abgewendet worden. Jetzt passiert es wieder. Und wir müssen jetzt schauen, weil wir jetzt in Gatino diese, diesen Lochmaske, diesen Encodierer gefunden haben, dass wir aber auch den ersten Brief, der Bernat an den Kardinal geschickt hat, finden. Und der ist wohl beim Kardinal in seinem geheimen Zimmer oder geheimfach von diesem Kardinalsanwesen. Wie man sieht, sind aber nur noch Ruinen übrig. Das heißt, wir müssen jetzt erst wieder, wie in Gatino, die Ruinen durchsuchen, um diesen ersten Brief zu finden. Und wenn wir beide haben, dann können wir entschlüsseln, was Puritas Cortis wirklich final vorhatte damals und jetzt wieder. Und wir fragen uns halt, quasi, oder Nina fragt sich, ja, ist das eine Neugründung oder machen sie einfach an der Stelle weiter. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Aber soweit habe ich das verstanden. Ich hoffe ihr auch. Entschuldigung, ich musste auch stoßen. Naja, und zwischenzeitlich ist Max gefangen geworden. Gefangen genommen worden von Puritas Cortis. Man hat ja auch den Anführer gesehen. Und den Barkeeper aus dem Boot. Und die wollen wissen, wer Nina ist und was er macht. Was ich ziemlich lächerlich finde, weil woher soll er das wissen? Ist das die Ex-Freundin? Was weiß er das? Kann er ja gar nicht wissen. Sie drohen ihm, dass er helfen soll und sagen soll, was Nina macht. Weiß er ja gar nicht. Weiß er ja nicht. Er weiß höchstens, was Sam macht. So. Weil sie wahrscheinlich in Nina eine Bedrohung sehen. Weil die dem Ganzen auf die Schliche kommt. Und das war's. Das ist alles. Das ist die Zusammenfassung. Also so hätte ich es jetzt zusammengefasst. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut zusammengebracht. Und ich hatte recht, wo ich gesagt habe, also ist es schon mal passiert. Es gibt mit Sicherheit jetzt noch ein Tagebucheintrag, wo das vielleicht auch noch so ein bisschen erklärt wird. Genau. Das lese ich jetzt noch schnell vor. Die Spur führt nach Paris. Gatineau. Im Brief von Schwester Elise steht, dass der Prophet Zandona, das ist, denke ich mal, der Einführer gewesen damals und vielleicht heute auch noch. Oder sein Sohn oder so. Und sein Geheimbund, Puritas Cordes, die Erfüllung ihrer Weissagungen, die mit der Apokalypse enden sollten, selbst inszeniert haben. Ja, sag ich ja. Das haben sie damals schon fiktiv gemacht oder inszeniert und machen sie jetzt wieder. Offenbar konnte damals das Schlimmste noch verhindert werden und doch David Corell befürchtet, dass die heutige Puritas Cordes-Sekte unter der Führung von Pat Shelton die Pläne von Zandona wieder aufgreifen will. Lässt sich anhand der Pläne, die sich im geheimen Archiv des damaligen Kardinals Coubertin in Paris befinden sollen, das weitere Vorgehen von Puritas Cordes vorhersagen? Naja, vielleicht nicht vorhersagen, aber vielleicht ist da ein Plan so. Faken wir dies und faken wir das. Also so wie ich gesagt habe. Naja, genau das, ähm... Sie haben damals gefakt und machen es jetzt wieder. Hoffnung in Trümmern. Paris, das Anwesen von Kardinal Coubertin, liefert nicht die erhoffte heiße Spur. Bis auf ein paar Grundmauern ist nicht viel davon übrig. Während Vicar David Corell in den alten Pariser Archiven die Baupläne des Gebäudes sucht, fahndet Nina verzweifelt nach Hinweisen auf die geheime Bibliothek des Kardinals. Ist auch klar, hab ich auch gesagt. Sie haben des Kardinals Anwesen gefunden? Ja. Aber es ist halt in Trümmern. Das muss aber nicht bedeuten, wie ich finde, äh, dass man nicht, dass es noch eine alte Säule hier ist, vielleicht sogar irgendwas zum Drücken. Wisst ihr, was ich meine? Nur weil das Anwesen, äh, nimmer steht. Meistens ist es doch eh dann, ne, ein Geheimgang im Boden oder sonst irgendwas. Und die Baupläne, ob man die überhaupt brauchen oder ob man es jetzt so finden, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Session jetzt aus ist, auch wenn es spannend ist, aber ein neues Kapitel fange ich jetzt nimmer an. Jetzt bin ich froh, dass ich das noch gemacht habe mit dem Rätsel. Es war schwer genug, mir raucht der Kopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin nämlich jetzt hier raus, interagiert mit den Videos, wenn dem so war. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Session und in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.